Herzlich Willkommen zu einem neuen Gespräch mit Steve Weiberau aus Österreich. Jetzt ist das Bild stehen geblieben, schon ganz am Anfang. Ich warte mal, bis dein Bild wiederkommt. Ja, so jetzt Steve, du bist da. Steve Weiberau aus Österreich im Moment in Wien und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, Steve. Also für die anderen, die uns noch nicht kennen. Mein Name ist Paula Piquet, ich komme aus Berlin. Ich bin Sängerin und freie Journalistin und Steve ist auch freier Journalist aus Österreich. Er hat Geschichte und Mathematik studiert und ist sehr aktiv. Schon seit einigen Jahren hat er viel berichtet über 5G, also 5G, aber auch über das ganze System und im Moment seit über fast einem Jahr jetzt in dieser merkwürdigen Krise, die keine ist eigentlich, bist du halt auch viel auf den Straßen. Jetzt hatten wir den 16.1., das ist der Samstag gewesen in Wien. Und ich habe den Live-Bericht verstanden, mitverfolgt, natürlich von unseren Kollegen, den freien Journalisten, denn die haben wirklich gestreamt. Das heißt, man konnte selbst eine Meinung bilden und die Bilder sehen stundenlang. Also ich habe auch einige Stunden zugeschaut. Es war wirklich wunderbar zu sehen, wie viele Menschen in Wien auf die Straße gegangen sind und zwar ohne Masken, ohne Abstände, frei als freie Menschen. Steve, du warst selber auch da? Ja, absolut. Wir waren die Hauptorganisatoren von der gesamten Demonstration. Das ist sehr schön, Steve. Ihr habt also da was hingekriegt. Natürlich sind alle beteiligt, denn ich kenne auch noch andere Leute, die sich auch beteiligt haben, dort Menschen hinzubringen. ist eigentlich allen geschuldet, allen, die überhaupt aufmerksam machen, auf was hier passiert. Jetzt lass uns mal ein paar Fakten auf den Tisch legen, aus deiner Sicht, als Beobachter und als Zeitzeuge. Dann lass uns mal ein bisschen gucken, was die öffentlich-rechtlichen Medien so darüber berichtet haben. Was glaubst du, wie viele Menschen sind auf der Straße? Also es ist schwierig zum einschätzen, nur die konservativste Schätzung, die ich überhaupt geben kann und wenn ich es ausspreche, glaube ich, bin ich schon am Lügen. Die konservativste Schätzung ist 30.000 Menschen und ich glaube, wir treffen so ziemlich ins Bullseil mit der 50. 50.000 Menschen waren da auf der Straße in Wien und es war von Anfang bis Ende 100 Prozent friedlich und ein Signal, wie ich es noch nie gesehen habe. Es hat mich überwältigt, weil Monate von Arbeit hier zusammengeflossen ist und das in Wien zu machen und die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, also das war wirklich und ich habe auch auf der Bühne, bevor wir weggegangen sind, weil es war ein Spaziergang am Ring in unserer wunderschönen Stadt Wien. Ich liebe diese Stadt und das zu sehen, es war oft überwältigend für mich. Also ich bin da oft emotional auch geworden, weil mir die Stadt so viel bedeutet und ich habe den Spirit gespürt und wir haben hier die Menschheitsfamilie gehabt, die Polizei. Also wir haben Randfakten, die man niemals in den Medien hören würde. Nur ich kann von 100-prozentiger Klarheit sprechen, dass die Polizei 100 Prozent auf unserer Seite war und die Menschen, die friedlichen Menschen geschützt hat vor kontrollierter Opposition und Gruppen wie Antifa und anderen Gruppen. Also wirklich die Organisation von uns, also der Yassin, der auch dann sprechen wird, der Yassin ist dann vor, dass der Front immer in Kommunikation zu treten mit der Polizei und in absoluter Klarheit einfach nur zu sagen, worum es geht und wenn man das einmal über ein paar Monate macht, dann wächst automatisch das Vertrauen von Mensch zu Mensch und da geht die Energie weg, so von den institutionellen Strukturen hin zum Menschlichen und das Ergebnis davon haben wir hier in Wien gesehen. Eine Stadt, die für die Diplomatie bekannt ist und das ist das, was hier los war. Es war pure Diplomatie und das ist das, von dem diese Great Reset-Befürworter, das World Economic Forum und diese Gruppe von Leuten am meisten Angst haben. Wirklich panische Angst und es ist schon passiert am Samstag und jetzt ist es unaufhaltsam. Also wir haben gefeiert, das war der größte Erfolg, den wir jemals gehabt haben. Ich muss auch sagen, also Hut ab und ein großes Dankeschön an die österreichischen oder in dem speziellen Fall an die Wiener Polizei, die also wirklich so friedlich geblieben ist bei einer so großen Menge an Menschen. Ja, bei uns wurde sehr wenig berichtet über Österreich in den Mainstream-Medien. CTF hatte circa 10.000 Menschen. Ja, da haben sie auch geschrieben, dass die meisten keinen Mund- und Nasenschutz getragen haben, keine Abstandsregeln und dass der Strache dabei war oder Vizekanzler und dass aber natürlich auch linke Gruppen da waren, die Gegendemonstrationen gemacht haben, circa 500 Menschen. Ja gut, also das war eine kleine Berichterstattung. In den freien Medien wurde natürlich ganz anders berichtet und es war sehr neutral, als ich geschaut habe. Also ich würde auch eher schätzen, dass es 50.000 waren, was ich gesehen habe. Es gibt auch im Netz ein kleines Video, das alles zusammengeschnitten hat. Das hatten wir auch in Berlin damals, als wir weit über eine Million Menschen waren, aber es hieß ja, wir waren nur 30.000, ist egal. Da war das auch so, dass wir eine Kamera hatten, die den ganzen Zug sozusagen gefilmt hat. Und dann kann man sich natürlich hinsetzen, das langsam abspulen dauert natürlich. Aber ich denke, das kommt schon hin, wenn nicht noch mehr. Also nach meinen Erkenntnissen von Großdemos. Ich war also wirklich sehr berührt davon. Ich habe die Menschen gut beobachtet. Es waren sogar sehr viele junge Leute da auch, was mich begeistert hat. Auch Kinder mit Familien sozusagen, junge Familien. Also aus allen Menschenschichten, was ich sehr ungern erwähne, das Wort Menschenschichten, weil einfach verschiedenste individuelle Menschen waren da. Und es war sehr schön anzusehen. Auch bis zum Schluss, ich habe zwar gelesen, es gab 20, 23 Verhaftungen an den Seiten wahrscheinlich. Jeder weiß das schon. Vielleicht gab es das sogar. Bei uns ist es oft berichtet worden, dass es eigentlich von der Gegendemo war, diese Gewalt, die dazu geführt hatte, die aber in einen Topf geschmissen wurde mit unserer Demonstration für die Freiheit und Selbstbestimmung. Und es ging, glaube ich, auch um Freiheit und Selbstbestimmung. Denn was hat denn die Wiener oder die Österreicher an sich, weil es waren bestimmte viele von außerhalb auch da, was hat die wirklich bewegt, jetzt auf einmal auf die Straßen zu gehen? Mitten im Winter, im Januar, es war sehr kalt, man hat es gesehen. Die Leute haben gefroren, aber haben sich bewegt und getanzt und gefreut. Was hat sie denn veranlasst, so lange zu warten, mit so vielen Menschen auf der Straße zu sitzen? Also alles, was davor passiert ist, spielt hier natürlich hinein. Und wir haben vor circa einem Monat, sechs Wochen bisher, oder vielleicht zwei Monate, haben die Menschen angefangen, gemeinsam spazieren zu gehen, anstatt Demonstrationen. Also es war total ein Wandel und das kann man super beobachten in dem YouTube-Kanal Recht auf Wahrheit, wo man immer wieder diese Spaziergänge gesehen hat, hunderte Menschen, dann waren in Graz mal 3.000, 4.000 Menschen. Und dann hat sich einfach all dieses Momentum, das, was da generiert worden ist, das ist dann in Wien rausgekommen. Also da hat sich jeder geeinigt, wir schauen alle nach Wien an dem Tag. Und wir haben da wirklich genau auf jedes Detail auch geschaut, weil wir haben der Polizei auch darüber direkt klar kommuniziert, das kann der Yasin am besten erklären, wie er da getan hat. Aber wir haben der Polizei auch gesagt, es gibt Agent-Provokateurs des Systems und die kommen von den Rechtsradikalen sowie von dem Linksradikalen Seitenspektrum. Wir sollten das Wort nochmal ein bisschen klar erklären. Agent-Provokateurs sind meistens von der Regierung eingesetzte Truppen oder auch vom Verfassungsschutz, man weiß es nicht genau, die einfach eine Demonstration auch stören und dann auch gleich wieder gehen. Ja, die kommen, machen Ärger und gehen wieder und man weiß gar nicht, wer waren die. Ja, exakt. Und nicht nur das, sondern diese Bewegung haben wir aufgebaut. Menschen wie ich oder wie der Yasin, wir machen alles freiwillig und sind nur auf freiwillige Spenden, wo wir unseren Lebensunterhalt und alles absichern. Und wir haben das pure Herz dabei. Und was bei diesen Bewegungen passiert, das wird oft übersehen. Das war bei Occupy Wall Street zum Beispiel und bei vielen anderen. Man baut etwas auf, es ist so der Vibe da. Wow, wir kommen voran und die Menschen fühlen sich gut. Und dann kommt ein Event zustande, wo auf einmal die Stimmung kippt. Und das ist das Element, was das System auch so framen will in der Medienwissenschaft, das Framing, dass man eine Kategorisierung von allen Menschen, das macht das System immer, dass man alle kollektivisiert, keine Farben mehr sieht, sondern das sind alle Rechtsradikale. Und das macht dieses System, es ist ein unglaublich dummes System, nur sie machen es so. Und das haben sie in Wien auch vorgehabt. Und wir haben die notwendige Vorbereitung gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Video, das kann man sehen, auch auf meinem Kanal, die Erre-Evolution des Herzens, weil ich diese Bewegung schütze, wie wenn es mein kleines Kind ist, wie wenn es mein Baby ist. Weil ich weiß genau, wie dieses System über kontrollierte Fraktionen, sei es links oder rechts, dann alle Menschen, die wirklich voranschreiten, dann einzunehmen. Und das ist uns gelungen am Samstag, dass wir da komplett einen Cut gemacht haben. Und die rechte Fraktion hier in Österreich, die haben auch beispielsweise den Thorsten Schulte auch eingeladen. Jetzt wird es wirklich interessant. HC Strache war auch dort, nur die waren nicht bei uns. Die waren am Maria Theresienplatz, gegenüber vom Heldenplatz. Und wie wir losmarschiert sind, weil wir haben den Spaziergang geplant gehabt, wie wir losmarschiert sind, sind alle Menschen von der Veranstaltung zu uns gekommen, in die absolute, weil wir haben vorher auch Reden gehabt, da ist es nur um Liebe, die Menschheitsfamilie und Frieden gegangen. Und genau diese Energie ist dann übergeschwappt zu uns. Und diese Rechtsfraktion, und das ist einfach ihre Orientierung politisch, bei uns ist keine Politik reine Menschenwürde und Freude. Und was wir da energetisch zustande gebracht haben, das war wunderschön zu sehen, weil niemand braucht diese veralteten Denkstrukturen von rechts und links. Das ist das, was wir auch immer ansprechen. Wir sprechen über das Menschliche. Und das hebt uns komplett heraus von all diesen anderen Fraktionen. Und das haben wir geschafft in Wien, dass wir das wirklich auch in Bildern sehen und in Videos sehen. Also ich bin so stolz auf diese Stadt und auf die Menschen. Ja, also ich sehe da einige Parallelen auch zum 29.8. Ich will aber jetzt darüber nicht weiter mit dir sprechen. Ich denke, wir bleiben in dieser Menschheit, Menschlichkeit, in diesem Frieden, in der Selbstbestimmung. Und ich denke, wir alle werden mit der Zeit sowieso dahinter kommen. So ist meine große Verbote. Natürlich muss man aber auch sagen, ich meine, euer Verfassungsgerichtshof, der hat gesagt oder entschieden, dass diese Maskenpflicht in den Schulen zum Beispiel also im Grunde illegal ist. Dann haben auch die anderen, auch das Verfassungsgericht hat gesagt, im Moment Lockdown-Verordnung sind verfassungswidrig. Das ist ja in Deutschland noch nicht passiert. In dem Sinne, es sind zwar viele Klagen und so, aber es ist noch nicht so eindeutig passiert. Es ist an gewissen, gewissen Sachen schon passiert. Aber ich glaube, diese zwei Gründe sind auch total wichtig für die Menschen, weil sie halt erkennen, Mensch, wir haben ja Rechte. Sie sagen uns immer, wir leben in einem rechten Staat. Und dieser Rechtsstaat jetzt nach Ihrem Regeln hat entschieden, es als falsch anzunehmen, die Mittel für die Regierung, bei den Kindern und auch beim Lockdown-Verordnung. Fragen sich jetzt viele, macht die Regierung einen Punkt weiter? Wenn Sie sich an die Regeln halten müssen, Sie sich an die Regeln halten müssen, Sie sich selber nicht an die Hand halten. Ich glaube, es ist vielen Leuten auch aufgefallen, hier stimmt das Ganze da. Glaubst du nicht, dass es auch was damit zu tun hat, dass doch mehr Leute dazu gekommen sind? Auf jeden Fall. Es hat viele Beweggründe. Natürlich die Aufmerksamkeit der Menschen und die Menschen, die auf die Straße gehen, friedlich. Das bewirkt auf jeden Fall sehr viel. Nur was auch dazu kommt, ist, dass das Licht auf das geschienen wird, was die Dynamiken im Hintergrund sind. Ich gehe da immer wieder auf die Perspektive ein, dass sich jetzt offenbart, was sich Jahrzehnte davor abgespielt hat. Und da ist beispielsweise, was heißt es, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union zu sein? Und was ist überhaupt die Europäische Union? Können wir so simple Fragen stellen? Was sind so Organisationen wie die United Nations? Und das ist in ihrer eigenen Rechtsordnung, da gibt es eine Rechtsnorm, die ist pyramidal strukturiert. Beispielsweise, wir haben hier die Verfassung in Österreich, das ist ein Verfassungsgesetz. Und am obersten Stelle sind die baugesetzlichen Prinzipien, die Prinzipien, auf die die Verfassung aufgebaut ist. Dann natürlich kommt die Verfassung, dann kommen die Gesetze und ein jeder Staat, das möchte ich jeden hier in Erinnerung rufen, ein jeder Staat, wenn er ein Rechtsstaat ist, darf nur ausschließlich, keine Kompromisse, nur Gesetze ausüben. Das ist das Einzige, was der Staat darf. Er darf Gesetze ausüben. Nur Verordnungen sind unter den Gesetzen. Und das ist die simple Wahrheit, die aus irgendeinem Grund kein Jurist anspricht, auch nicht in diesem Land. Und deswegen mache es ich halt. Jemand, der nicht Jura studiert hat, aber ein juristisches Wörterbuch hier hat und klar strukturiert denken kann, weil ich Mathematik studiert habe. Warum sagt das niemand? Baugesetzliche Prinzipien, Verfassung, Gesetze, das ist die oberste Grenze, die unterste Grenze vom Staat, was er machen darf und dann die Verordnungen. Und der Unterschied zwischen Verordnungen und Gesetze ist, dass ein Gesetz ist ein Vertrag und ein Vertrag muss versichert sein. Und das ist mit diesen Verordnungen unmöglich. Denn wer versichert für die Schäden, die ausgelöst werden durch all diese Maßnahmen? Der Mensch selbst, der sich maskiert, der ist in Eigenverantwortung, dass er das macht. Weil ich bin ein Paradebeispiel dafür, dass ich sie nie trage. Ich habe sie nicht einmal im Frühling tragen müssen. Also das fühle ich auch, weil mein Körper ist, ich entscheide selber, ich brauche nicht mal einen Arzt, der sagt, was ich zu tun habe, weil ich selber weiß, wie viel Luft ich brauche, wie viele Schritte ich gehen will und was ich tun will. Aber weißt du, was mich dann, ich war ja wirklich angetan von der Masse an friedlichen Menschen und dann habe ich gleich am Abend noch eine Nachricht bekommen und da sieht man auch, wie viel Angst diese Menschen, die diese Verordnungen einfach so durchziehen, wie viel Angst die eigentlich haben müssen. Weil es hieß dann, und zwar der Herr, euren Herr Nehammer, das ist der Innenminister, Karl Nehammer von der ÖVP und der Polizeipräsident, der Wiener Polizeipräsident Gerhard Kurz, haben dann gleich gesagt, ja, wir müssen das Ganze evaluieren und den Zustrom nach Wien vor der nächsten Demo irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen. Und das Zweite war, dass eure Regierung dann gesagt hat, hey Leute, da verlängern wir doch mal den harten Lockdown bis zum 8. Februar. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt guck sie dir an, am selben Tag, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen, hat eine Regierung wirklich, also, ich habe da keine Worte dafür, dass sie sich das wagt, dass sie sich das wagt, zu sagen, und jetzt noch einen drauf. Was sagst du zu dieser Kombination an Energien, die da gerade zusammenwirken? Exakt. Und das ist genau der Punkt, dass, wie ich vorher erklärt habe, die Prinzipien und Verfassung und diese Rechtsnorm und das Verordnungen darf der Staat nicht ausüben. Es läuft alles auf Freiwilligkeit. Das ist Völkerrecht und Völkerrecht ist Gewohnheitsrecht. Deswegen sprechen sie von einem neuen Normal, weil sie das Verhalten ändern. Und das ist die Ebene, was ist über dem Nationalstaat, über dem Rechtsstaat? Europäische Union. Internationale Werteverenigung. Das nennen sie so. Und das ist das Resultat, das wir sehen. Das heißt, jeder muss sich rechtfertigen für ihr Verhalten. Die Institutionen. Jetzt muss der Verfassungsgerichtshof rauskommen nach Monaten, was ich gerade in einer Minute erklärt habe, wie die Rechtsnorm ist. Und die brauchen so lange herauszufinden, dass das illegal und verfassungswidrig ist. Ich meine, das zeigt absolut, dass hier eine andere Dynamik im Spiel ist. Und das ist der Punkt, wo die Menschen endlich verstehen müssen, was die Europäische Union ist, was das Weltwirtschaftsforum ist und dass diese internationalen Organisationen die Agenda diktieren. Und die Politiker müssen versuchen, das irgendwie zu verkaufen. Aber es gibt keine Alternative. 60.000 Menschen gehen in Wien friedlich auf die Straße und sie gehen noch einen Schritt weiter. Warum? Weil sie keine andere Art haben, das zu verkaufen. Weil es ist ein Programm und wenn das nicht durchgeht, dann gibt es keine Alternative. Und das ist ihr Untergang. Mir geht es aber im Moment so und schon das ganze Jahr über und man sieht ja, wie Europa eigentlich wirklich zusammenhält. Das heißt, die Europäer hier auf unserem Kontinent, die halten sehr wohl zusammen. Und es ging nie um die EU. Also wenn es um das Zusammengehörigkeitsgefühl geht, ging es im Grunde denn uns, ich sehe mich ja auch als Europäerin, uns Europäern nie um die EU. Es ging immer um die Kulturen der jeweiligen anderen Länder, die man respektiert, toleriert, am besten akzeptiert, einfach mit einem ganzen Herz und Verstand. Darum ging es uns um den Kulturaustausch, um herauszufinden, was kannst du mir beibringen, aus deiner Kultur und du und du und du. Und das wurde untergrund von, die Kultur, muss man auch sagen, weil wir reden ja immer von der EU, wir sind ja so offen von Inklusion von allen Menschen und keine Diskriminierung. Im Grunde ist es die größte Diskriminierung von der EU, von der Institution der EU. Die Kultur der einzelnen, der Staaten, der Nationalität, was auch immer regional ist, dass sie das zerstört haben, das zerstören wollten. So, jetzt erkennen wir in dieser Zeit, wir sind gar nicht so gehalten zusammen. Die Italiener haben jetzt die Restaurants aufgemacht, sie waren sofort auf der Straße, sie gehen wieder raus spazieren. Die Spanier gingen auf die Straße, überall in Madrid, also die Schneider, das war ihnen nicht egal, sie sind raus, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Und überall hört man Libertà, Libertà, also Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ganz Europa schreit nach Freiheit. Hulm hat alle Restaurants geöffnet. In Dänemark sind sie fast jeden Tag auf der Straße. In Holland sind sie auf der Straße. Natürlich berichtet die Mainstream-Medien, also die Agenda, die steuern die Medien, die berichten so gut wie gar nicht oder halt sehr negativ darüber. Sie sagen immer wieder, die Gegendemonstranten werden mehr oder was auch immer. Ich glaube, die Würfel sind die Feindsteiger. Europa ist stärker als mehr. Wunderschön auf den Punkt gebracht. Ich könnte es nicht besser sagen. Europa und die Menschen in Europa sind stärker denn je. Und das ist der Grund, warum wir auch miteinander sprechen, weil da ist pure Liebe zueinander. Ich liebe es, Deutschland zu fahren. Ich liebe es, nach Italien zu fahren und Italienisch zu sprechen. Ich spreche Italienisch. Ich spreche Französisch. Und wenn ich in Frankreich bin, möchte ich Frankreich erfahren. Aber das hat nichts mit einer Institution wie die EU zu tun. Das ist Strukturalismus. Und es ist, wenn man sich anzieht, wie der Rechtsrahmen in der EU ist, laut dem Lissabon-Vertrag. Das wollten sie ja als die Europäische Verfassung einführen. Das dürfen wir nie vergessen. Aber sie haben das Lissabon-Vertrag, Vertrag, hier sind wir schon wieder, eingeführt. Und das ist die supranationale Ebene. Es geht um die Kontrolle für die Ebene darunter. Weil die supranationale Ebene, Supra heißt über, ist über dem Nationalen. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Das ist Offenbarung. Und da kommen jetzt die Menschen zusammen und sagen, wir wollten das alles nicht. Und das ist das Schöne an dem Ganzen. Dass die Kulturen in Europa zusammenkommen. Ich kann gar nicht darauf warten, dass ich nach Berlin komme, dass ich nach Italien fahre. Das will ich total zusammenkommen. Wir werden ja auch gleich so ein bisschen nicht alleine da. Du hast den Griesi noch da, den Yassin und den Errol. Mit dem haben wir ja schon mal gesprochen. Und Griesi und der Yassin wird auch noch sprechen. Und daran erkennt man auch, wie international wir eigentlich zusammen agieren. Und alle Vorwürfe des Rassismus, der was auch immer, ist natürlich völlig in den Wind geschossen. Weil wir sind ja eine internationale Bewegung. Also um was geht es da? Die wollen immer das nur reduzieren darauf und sagen, das ist eine kleine Verschwörungsrechte, esoterische Gruppe. Ich weiß, was sie da reden. Aber nein, wir sind so extrem international und vor allem Europa. Ich muss sagen, nochmal Respekt an Europa. Was glaubst du eigentlich, Steve? Ich sage ja, die Würfel sind gefallen. Deswegen ziehe ich mich ja ein bisschen zurück. Meine Zuschauer fragen sich schon, warum ich so viel mache. Ich mache mein momentales Ding, ich arbeite an einem Song, der heißt Illusion, damit man die Edition auch kennt. Dann mache ich eine Lesung für das Buch The Great Reset. Ich muss umbruchten aus Schwab. Und damit gucken, weil ich möchte, dass die Menschen wirklich informiert sind, dass sie einfach zuhören, dann kochen, damit sie wissen, was andere für Theorien entwickeln. Es sind nur Theorien, muss man immer wieder sagen. reinste Theorien, reinste Imaginationen, also einfach nur Bilder, die sie haben. Und es gibt ja viel mehr Menschen, die auch Theorien entwickeln. Und ich glaube, dass das Zusammenhalt der Liebe einfach wesentlich stärker ist als ein paar transformatische Ideen, die uns alle im Grunde versklavend kontrollieren, kaktenbasiert abheffen wollen. Ich glaube, das hat sich schon im Grunde geschnitten. Die haben sich geschnitten in der Gesellschaft. Weil sie haben die Anzahl von Menschen, auch wenn man noch so strategisch denkt, die sind unberechenbar. Menschen können nicht agieren mit Maschinen. Da ist mir aufgefallen, entschuldige, dass ich heute so viel rede, aber ich habe schon viel philosophiert die letzten Wochen und habe viel gedacht. Weißt du, was ich gedacht habe? Es gab doch mal die Menschenrechte, die irgendwann gemacht wurden für die ganze Welt, wo alle sich einig waren, aber auch keiner hat das wirklich unterschrieben. Das ist auch das Gewohnheitsrecht. Das Menschenrechte ist ein Gewohnheitsrecht. Ich habe dann gedacht, naja, es wird langsam gereizt, dass ich als Mensch das Recht bekommen sollte, zumindest in öffentlichen Institutionen mit Menschen sprechen. Ich möchte als Mensch mit keinem Roboter sprechen müssen, mit keiner künstlichen Intelligenz, die mir am Telefon, am Roboter, klar, drückt, 1, 2, 3, und das ist für mich als Mensch und ich glaube, dass wir Menschenrechte aktualisieren sollten, also auch das Gewohnheitsgefühl aktualisieren sollten, dass man sagt, hallo, ich bin ein Mensch und ich habe das Recht, wenn ich die mit meinem Finanzamt, mit meinem, was auch immer, dass ich da bin ein Mensch. weil es ist, glaube ich, an der Zeit jetzt, solche Gesetze zu verdenken oder nachzudenken darüber. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, weil ich fühle mich in meiner Würde als Mensch missachtet, wenn ich mit einem Roboter, der mich immer wieder falsch versteht, nicht nötigt, Dinge zu sagen, die ich sagen will, und möchte auch von dir wissen, wie stehst du zu so etwas? Also, was ich hier an dieser Stelle sagen möchte und das möchte, wird vielleicht ein paar Leute auf den Kopf treffen, aber ich sage es trotzdem, weil es wichtig ist zu sagen, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen und das Ganze mal umzudrehen, das hilft wirklich und nochmal, weil wir leben in einer sehr, sehr kranken Gesellschaft. Ich meine, was ist los mit uns? Und ich glaube, wir Menschen sind zu mehr fähig als das, was wir haben. Ich meine, das ist ja eine Katastrophe, was wir hier haben. Deswegen ist immer wichtig, dass man eine andere Perspektive gibt. Und das ist was, was mir immer weitergeholfen ist, dass ich immer weitergegangen bin und immer mehr draufgekommen bin, dass die Dinge überhaupt nicht so sind, wie ich mir anfangs gedacht habe. Gedacht, du hast das gesagt, diese Bilder, die man im Kopf hat, die man in der Schule indoktriniert bekommen hat, die sind, dass Realität ganz was anderes abbildet. Und wenn ich mich darauf einlassen kann, dann komme ich in die Freiheit, weil ich verbinde mich mit den wahren, tatsächlichen Werten und mit den tatsächlichen Tatsachen, der Realität. Es gibt nichts Wichtigeres. Und für mich ist in dieser Hinsicht wichtig, diesen Politikern beispielsweise oder allen Institutionen in absolut Herzensenergie. Ihnen die Rechte zu lesen, weil ich bin frei und jetzt zeigen sie mir, dass ich nicht frei bin. Na, wie wollen sie das zeigen? Den ganzen Spieß umdrehen. Ich brauche keine Rechte, weil ich weiß, was richtig und was falsch ist. Ich weiß, dass wir unsere Rechte verlieren, weil wir Werte verloren haben, weil wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist, weil wir verwirrt worden sind als Spezies. Deswegen verlieren wir unsere Rechte. Ich bin frei und sie haben nur das Recht als Staat Gesetze auszuführen. Und wenn sie mit irgendeiner Pflicht kommen, dann sage ich ihnen, dass sie in der privaten Haftung sind. Und wenn man das den Menschen so erklärt, in Herzensenergie, dann ändert sich was. Wirklich dann. Und deswegen sage ich das auch, dass Menschen sagen, dieser Steve ist ein bisschen verrückt. Ja, ich muss verrückt sein, weil diese Normalität ist geisteskrank. Und wir müssen endlich wirklich auch solche Tatsachen ansprechen und in Selbstvertrauen kommen, in Würde, als Menschen und ihnen die Rechte sagen, ich bin frei, du hast nur das Recht, Gesetze auszuführen und Verordnungen sind keine Gesetze. Ja, weißt du, bei uns gibt es so eine Gruppe, die heißt Hashtag Ich lasse mich nicht impfen. Auf Facebook, die ist inzwischen knapp 90.000 Mitglieder. Und davon sind wirklich 30 bis 40 Prozent Pflegekräfte, die ja jetzt als erstes geimpft werden sollen. Und die sagen eindeutig, sie werden sich nicht impfen lassen. Ansonsten, wenn ihr Chef sie rausschmeißt, dann bleiben sie zu Hause. Das macht ihnen nichts, denn es ist ihr Körper. Die meisten waren nie politisch, waren nicht auf der Straße, haben keine Demonstrationen mitgemacht, aber sie sagen, wenn es um meine Gesundheit geht, bei ihnen, bei diesen Pflegekräften geht es ja den ganzen Tag und die ganze Nacht um Gesundheit, also ihr ganzes Leben lang um Gesundheit, die sagen, nein, das ist meine private, persönliche Sache. Es ist, es ist, der entscheidet über seinen eigenen Körper. Und ich finde das gut, das ist ja so eine neue Welle, die noch dazukommt an sehr erstarbten Menschen, die sagen, so, jetzt ist aber Schluss mal, jetzt ist gut, jetzt habt ihr schon gespielt, ihr durftet mal im Sandkasten und eure Theorien auspacken, aber jetzt ist Schluss und ich finde es sehr, sehr gut, was jetzt passiert ist. Absolut, absolut und das ist das Wunderschöne, wo wir jetzt zusammenkommen und unsere Ideen teilen, weil das, was ich hier sage, das sind elf Jahre Forschung, das ist harte Arbeit, aber ich teile die Essenz von dem, was ich habe, weil das braucht die Menschheitsfamilie jetzt und da kommen wir wirklich weiter, das ist die pure Selbstverantwortung, du Staat darfst nur das machen, aber ich bin selbstbestimmt und wie du sagst, mein Körper und dann darf niemand hier rein, dann haben wir die Lektion gelernt und es ist wunderschön, wir müssen in die Selbstverantwortung. Naja, viele kapieren das noch nicht so, ich habe das vor Jahren schon als Thema auch gebracht, ich habe gesagt, warum werden wir, natürlich weiß ich warum, also diese Frage habe ich nur den Leuten gestellt, ich bin auch kein Mensch, der sagt, hey, wir müssen denken wie ich, sondern ich denke, indem man Fragen stellt, können die Menschen selber die beantworten, das finde ich viel, viel wichtiger, als wenn ich sage, so und so ist es, weil ich habe die Weisheit ja auch nur, meine Erfahrungen sind rein meine Erfahrungen und ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen und ich denke, dass die Leute jetzt so langsam begreifen, dass diese Fremdbestimmung auch, was die Gesundheit angeht hat, vor allem die Gesundheit, du musst ja überlegen, wie die Regeln dieses Systems sind, das heißt, du kannst im Grunde nur zu Hause bleiben, wenn du nachweist, nachweist, dass ein Arzt fremdbestimmt hat und dir erlaubt, eine Kraft zu sein. Und da habe ich schon gesagt, also Leute, das habe ich vor Jahren schon gesagt, wie kann es sein, dass jemand anderes, völlig egal, wer auch was ein Arzt ist oder so, wenn du sagst, heute würde ich mich so, dann ist das so, wie du es fändest, kein Arzt und auch kein, weiß ich nicht, kein PCR-Test in dieser Welt, der sagt, du hast Corona und sagst aber alle hoch, ich bin gesund, lasst euch nicht mehr vom Bestimmungen. Ich glaube, es gibt es halt jetzt, Leute verstehen, die Selbstbestimmung, die ist leider nicht erlernt worden, so wie du es gesagt hast, durch die Indoprennation, aber jetzt ist jeder den und die Sterne und das ist das, das ist dieses, diese Energie, die jetzt beginnt drüber, alle Menschen hochzusteigen und die Energie steigt auch. Ich habe vorhin in einem kurzen Vorgespräch gesagt, ihr seid ja ein bisschen später dran mit der Timo und die man sich gewarnt im Sommer, jetzt seid ihr hier, und wir kommen, die Deutschen stehen auf, wir werden ganz Europa und die ganze Welt nach Berlin einladen. Wir wollen die ganze Stadt belagern mit komplett internationaler Liebe und ich hoffe, dass wir alle mitmachen, diese Energie weiterzugeben, auch in Gesprächen zu tun. Alleine, dass ihr diese Idee weitergebt an andere, ich glaube, das stärkt uns alle. Das glaube ich nicht. Absolut und ich freue mich auch schon immens drauf. Das wird kommen. Liebe, jetzt habe ich gesehen, wer sitzt denn jetzt schon neben dir? Also, der Yasin ist noch spazierender, kommt dann dazu, aber ich würde sagen, wir holen einmal den Arrow auch hier mit rein. Ja, Arrow, genau, dann lässt den Arrow deinen Platz einnehmen und du kannst gerne übersetzen. Super. Ja, willkommen. Welcome, Arrow. Nice to meet you again. Ja, good to speak to you again. How are you doing? I'm very fine. I'm very proud of my Austrian friends of Vienna because how I told Steve, I was very happy to see so many peaceful, international, happy people standing together free breathing and just free people. I'm happy. Have you been there too? Of course. Of course, yeah. How was it for you? It was amazing. The energy was pure humanity. It was wonderful. It was exactly the way it was supposed to be and we already knew it because we put in the work for months and months and months not just Steve and Yasin and people like that on a physical and active level but also on an energetic level as well. We've done the energetic work and made sure that the energy is there and the shoots, the protection is there as well. and it was very peaceful. The police were on our side and everyone was on our side and Antifa apparently was there as well but the police, they kept them away. They know exactly what's going on, who is who and controlled opposition just fell apart. They don't know what to do now so the power, the people have the power here now and all they want is just freedom and peace. That's all they want. So from now on what's going to happen is the entire Austria is going to rise and once Austria has risen it will be the first domino to fall and the rest of the world, the rest of Europe slowly awakens and rises. It's not over. This is just the beginning. Yes, I think so too. Yeah, it's just the beginning. I like it very much because I can feel that in whole Europe but also in the whole world people wake up, people stand up, they want to be free. I heard a lot of times because I watched the whole stream, nearly the whole stream of your demonstration and people were speaking up, they said freedom. I heard freedom so often. Yeah. Yeah. So maybe Steve can translate a little bit. Freiheit, yeah. Also der Errol hat seine eigene Erfahrung erläutert und aus seiner Perspektive die Polizei war auf unserer Seite und es war pure Menschlichkeit, die in Wien vorhanden war und nicht nur der Aktivismus, den ich und der Yassin beispielsweise physisch ab dem Tag legen, gibt es auch, haben wir auch Energierituale gemacht. Auf dem Platz, wo die Demonstration war, Demonstration war, sind wir zum Beispiel zwischen zwei Statuen siebenmal in einem Achter herumgegangen und das haben wir dreimal in einer Woche gemacht und das hat Energie freigesetzt, von dem wir selbst überrascht waren. Also da kommen auch so Dinge zusammen, wo man sich verbindet mit dem Land und jetzt kommen Menschen und sagen, ah, das ist diese Esoteriker. Na, dann möchte ich sagen, dass ihr keine Ahnung habt, wie das funktioniert. Man muss sich mit dem Land verbinden und diese Straßen, dieses ganze System, das was über den Straßen ist, da gibt es darunter ein Land und das ist die Energiearbeit von der Errol gesprochen hat und ja, dass die Menschen in der ganzen Welt jetzt aufstehen und das wird sich so weiter vollziehen. Ja, so maybe you can speak a little bit about the energy work that you have done before. Well, for months and months we've done ceremonies in the mountains and specific stones and ley lines on the land and we have evoked the powers of the land to rise and through the demo in Lins which they have been doing like Steve and all that every week has picked up momentum and it's built up a specific energy and finally that energy burst like a bubble on the 1st of January New Year's Day in Lins and there was how many thousand people? Oh yeah, 3,000, 4,000. 3,000. 3,000. 3,000 pictures, yes. Yeah, yeah, it was such a beautiful energy. We came from nothing. Yeah, before where it used to be like 50, 70 people, 100 people, maybe 200 people maximum, all of a sudden like 3,000, 4,000 people and that marked the day where Austria is rising so what we did was we carried that energy through to Vienna and energetically all of us we moved into physically we came to Vienna and we remained in Vienna and we've been doing a lot of energetic clearing in Vienna. we've been walking around the Heldenplatz which is the main place drawing circles around specific monuments and tying them in with the figure of eight seven times for example and what we did was we opened the portal because Vienna is a portal okay I can speak about portals if you wish there are specific energy lines on the earth and their portals and what the Vienna is a very special point on the card because a lot of us started in Vienna and so every time I was in Vienna and Steve knows that I have been a lot of times in Vienna and I feel peace in the city that means this is a city of peace for me it is because it's a very strong energy and that's why all the empires throughout history they had to invade Vienna because they had to control the portholes you see they had to control the energy of Vienna because the energy of Vienna determines the energy of Europe and what happens in Vienna affects all of Europe so whatever energy is taking place in Vienna it happens in the rest of Europe as well and now that this has happened we've activated the portal again all of Europe is going to rise it's inevitable and right now they're panicking very much very very much so they don't know what to do because they're completely like we have a term they slay themselves they maybe they slay and they slay themselves too much light you know the light is coming over them too much light too much also kurz die deutsch übersetzung dafür worum es uns geht bei dieser Energiearbeit ist dass wir auf der kausalen Ebene arbeiten und Beispiel die Stürmung des Kapitals in Amerika das ist genau die perfekte Symptom Bekämpfung Revolutionen und das bringt nie irgendwas wir gehen statt der Symptomebene auf die Ursachenebene und verbinden uns mit den Energiepunkten verbinden uns mit dem Land und so fährt man dann die Energie hoch und die Menschen wenn das Land erwacht und das Land aufsteht und wirklich sich zeigt und die Kraft die Lebensenergie spürt dann kommen die Menschen natürlich weil wir sind verbunden mit dem Land und das haben wir vergessen das ist das was der und Errol beschreibt das in Form von Portalen Potos Portale sind Energie Portal hier geht es um Energie und es gibt auch einen Grund warum sie esoterik sagen und das ist schlecht behaftet weil sie nicht wollen dass wir das wissen sie wollen dass wir Parlamente stürmen radikal sind dann können sie schön ihre Kontrollagenda ausrollen aber wenn man Energie Arbeit macht dann ist aus für die und das ist das was Aero versucht zu erläutern hier und die Wichtigkeit von Blum und die Leute denken diese Rituals sind nur die crazy esoterik freaks aber die truth ist wenn man ein gut in die historie Leute die wissen diese wissen die 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 wissen wo die sind die genau genau wo die statue in das die do ritual things all the time aber die 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 Most of the people don't know about it. So now, if we people now stand up and say, listen, I know about some rituals from my elders, they look at you and say, what craziness is this? Because most of the people don't know about it. But people who still possess their roots, their human roots, they know all this. I mean, at the end, everybody knows it. If you go deeper and deeper inside of you, because genetically we have in our, you know, I always say in our blood is the whole, it's the whole history of humanity. Yeah, I can talk about that. The reason people don't know anymore is because it's been taken away from them, but that's coming back now. It's all to do with inside. It's an inside job. It's the heart. It's the land. Okay. And once your heart is aligned with the land, if you know where the portals are, this is a portal too. Okay. You align your portal with the portal of the land. That's a superpower. And it just opens up. And all the darkness just, it runs. There's, it can't be there anymore. It automatically. Yeah. Sorry. It's okay. It's okay. You talked about, um, we already know this. Yes, we do. Because it's in our DNA. It's what scientists call junk DNA. It's not junk DNA. That's the most crucial DNA. And now that this is happening, all that DNA, the memory of all our history, past lives, incarnations, everything is coming online. And that's why they're afraid. That's why they will, that's the real reason for the PC artists. They want to take, constantly take DNA samples to see and monitor how much we're coming online. If we're, if they think we're coming online too much, they want to like, say we're positive, pull us in and shut it down. Steve, maybe you can start with translated. Okay. Also all dieses Wissen kommt einfach wieder zurück zu uns. Und wir haben selbst auch ein Energieportal hier, das nennt sich das Herz. Und wenn man das Herz verbindet mit dem Portal auf dem Land, das Herz und das Land, die Natur verbindet, dann ist das eine Superkraft. Und Errol hat jetzt auch kurz darüber erklärt, dass sich Informationen sind abgespeichert in unserer DNA. Und das wird immer mehr aktiviert durch diese Energie, dadurch, dass wir in einem Transformationsprozess auf der Erde sind. Und das ist auch eine sehr versteckte Aspekt des PCR-Tests, weil damit DNA amplifiziert werden kann. Und sie können die Informationen herausfinden, wie unsere DNA sich jetzt gerade verändert. Und das ist, sie wollen das kontrollieren und deswegen wollen sie es auch wöchentlich machen. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch zu erwähnen. Warum braucht man diese DNA und einen Test, der keine Infektion nachweisen kann? Ja, und ich denke, es ist wichtig für die Germanen Menschen zu wissen, weil sie das braucht, sie müssen sich auf der Vibrationen zu halten. Die Menschheit ist es um die Kräfte, die Kräfte. Die Kräfte, Corona. Es ist eine energetische Erwärts. Und das ist warum sie die Kräfte demoniert den Kräfte und die Corona-Virus genannt haben. Denn für sie sind wir das Virus. Humanität ist das Virus. Sie sehen? Ja, es ist so. Es ist so. Ja, es ist so. Ja, aber das ist etwas, egal was sie machen, sie können es nicht stoppen. Sie können es nicht. Es ist inevitable, dass es passiert. So, Errol, was sind die nächsten Schritte, die Sie wollen, oder wissen Sie, was Sie wollen? Oder Sie lassen es jetzt fliegen? Wir lassen es jetzt fliegen. Wir lassen es fliegen und wir relaxieren. Wir haben Party und wir lachen. Wir machen Spaß, die dunkle Seite. Wir schauen sie uns zu schlafen und sich selbst zu schlafen. Und dann wissen wir, was zu machen. Aber für heute sind wir einfach nur chillen. Ja, ich muss sagen, dass die meisten Leute, die ich weiß, haben einen großen Schlafen, wie ich oder Sie, oder Sie, haben einen Schlafen. Wir haben einen Schlafen, weil es ist obvious. Es ist obvious, dass sie sich nicht behalten können. Sie sind so schlafen, dass sie keine Kraft haben. Sie sind so schlafen, dass sie keine Kraft haben. Aber wir werden sehen. Es ist ein Artificial Overlay. Die Matrix ist eine Kopie. Es ist eine Kopie, die über diese Realität sitzt. Okay? Weil es ist Artificial. Es ist nicht sustainable. Anything Artificial, nicht sustainable, falls apart. Und das ist die Zeit, wenn es falls apart. Es hat sich erreicht, dass es der Ende des Lebens ist. Es ist vorbei. Es ist fertig. Vielen Dank. Vielen Dank, Errol. Maybe Steve is still translating a little bit. And then I'd like to talk to Yasin, because I don't know Yasin. Errol, I'm sure we're going to meet again and we're going to talk. Maybe in spring you can come with Steve to Berlin. This would be great. Because I told you, the energy level in Germany will be very high in springtime. We are preparing to fight the whole Europe, but also the whole world, if they want to come. Also, not only Vienna, but it's also Berlin, where a lot of decisions happen. We have a very, very, let's say a very moving energy in Berlin. And that can move very quickly from one day to another. And we had in history these things that can happen so fast. It will. It will. And I hope that we, in springtime, we will do that all together. All together in Europe and in the whole world. I hope we, not I hope, I know that we're going to work for that all together and we're going to make it. And then it's over. It's just shahmat. Yeah. And then we can create what we really want to create. Yeah. I think, you know, what I just wanted to say in all these discussions is that people are making a lot of theories about what we have to do in the future, how we should do it. And my feeling at the moment is just keep it relaxed. We are here where we are. Keep it completely relaxed. Because it's not my job to tell you what you have to do. Yeah. Yeah. I think it's now is the time to just get all our energy together, you're relaxed, hold it on to the strong energy. Perfect. And then it will happen just by flowing naturally, naturally. Paula, can you please do that on German too? That's a very important point. I think you can do it much better than I. You can do it much better than I. You can do it much better than I. I think you can do it much better than I am. I think it's the time to just get inside of them, just relax. Just think everything over. What have I done? How is it now? Just watch the snow. Just watch the snow. Go and take a walk. Yeah. Have a little party. Celebration at home with something else. Everything. But not too much politics. Not too much news. No. None of that. Let it happen. Let it happen. That's finished. Maybe Yasin can talk about that. But I just want to say. Exactly. Now I would like to talk to Yasin. Yes, but I just want to say, I promise the time will come. The energy here will take us to Berlin. Yes. Eventually. And when we come to Berlin, they will slay themselves and they will disappear. Hello. Hello. Yasin, just a quick moment to Ariel. Well, like I said, they will slay themselves. Ich denke, und Steve, du kannst es ja auch dem Ariel nochmal kurz übersetzen. Self-slaying mechanism. Weißt du, es ist eine Zeit, wo man also Spreu von Weizen sich automatisch trennt. Und leider, also ich glaube, dass der Ariel das hier meint, dass gewisse Menschen, die nicht begreifen, was hier passiert ist, leider auch von uns gehen müssen oder krank werden oder sonstiges. Wie hat es immer gegeben? Und wie wird es immer geben? Das soll jetzt so sein, ja? Also Yasin, du bist Yasin. Wir haben uns ja erst vorhin kennengelernt. Du bist Wiener, du lebst schon lange in Wien. Du hast gesagt, dein Vater ist aus der Türkei und deine Mutter ist Österreicherin. So ist das. Und du hast auch diese Demonstration mit organisiert. Ist das richtig? Ja, also es ist ein langer Weg. Anfang saß ich noch zu Hause und dachte mir, es gibt es doch gar nicht. Warum? Steht keiner auf, spürt keiner das Unrecht, das hier passiert. Meine erste Demo war Linz. Ich habe dort den Steven kennengelernt und den Flo aus Linz, die das jede Woche machen. Und da waren noch ganz wenig Leute, 30, 40 Leute. Und damals habe ich mir gedacht, okay, es gibt schon Menschen, die es machen. Da muss viel mehr Pepp rein, da muss viel mehr Power rein. Wir müssen das, ja, wir müssen das unter die Leute bringen einfach. Und so haben wir uns connected. Und jetzt ist mittlerweile etwas entstanden, wo alles zusammenpasst. Jeder, wir machen das alle ehrenamtlich. Es kriegt keiner Geld dafür. Wir investieren unsere eigene Kohle. Jeder macht das freiwillig. Wir haben Helfer, Ordner. Die machen das alle ohne Geld. Und wir passen so gut zusammen auch in unserem Mindset. Das war ein wichtiges Thema, das vorher angesprochen wurde. Wir haben nicht den Anspruch, jemandem zu sagen, was er tun soll. Außer, dass er in Frieden kommen muss, in Liebe kommen muss und konstruktiv sein sollte. Das sind unsere Ansprüche. Einfach ins Herz reinschauen. Und wir haben viele solche Menschen gerade am selben Platz. Und wir haben ein super Einvernehmen mit der Polizei. Wirklich total menschliche Ebene. Wir haben uns das erarbeitet, weil wir uns wirklich auch immer benommen haben. Und in Österreich ist Polizeigewalt auch verpönt. Also solche Bilder wie bei euch, wenn es die geben würde, würde das einen riesen Aufschrei ergeben. Aber wir haben jetzt echt viele Menschen am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Und wir spüren alle diese Energie. Also ich komme gar nicht aus diesem Bereich. Ich hatte damit vorher noch nie was zu tun. Ich weiß erst seit zehn Monaten richtig das komplette Ausmaß. Das heißt, ich bin eigentlich einer, der ganz frisch dabei ist. Ja, wie kamst du? Was hast du denn eigentlich vorher gemacht oder wie hast du vorher gelebt? Ich war sieben Jahre lang selbstständig, hatte eine Sicherheitstechnikfirma. Alarmanlagen, Videoüberwachungen und solche Geschichten. Und war natürlich komplett in diesem System gefangen und habe gesehen, was es aus den Menschen macht. Und das ist nicht der Weg, wo die Menschheit hingehen sollte. Überall nur gegeneinander. Ellbogentaktik, keine Kooperation, nur noch gegeneinander. Einer muss besser sein als der andere. Dieses komplette Verhalten der Menschheit. Ich sage immer, der moralische Verfall der Gesellschaft. Der ist mir da sehr, sehr vor Augen geführt worden. Und ich habe eigentlich immer gewartet mein ganzes Leben lang, wann kommt dieser Moment, wo die Leute erwachen. Und das und ihnen das auffällt. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt gerade so ist. Wir informieren die Menschen jeden Sonntag. Wir machen Infoabende. Das war jetzt gerade interessant, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du hast immer gewartet, dass die anderen aufwachen. Ja. War es denn nicht so, dass du gewartet hast, dass du aufwachst und aufstehst? Ja. Möglicherweise auch das. Ja. Hundertprozentig sogar. Ja. Und weil ich weiß, dass es ein Prozess ist und dass man es sogar ahnen kann, aber trotzdem noch nicht macht, weil man es noch nicht spürt. Das ist genau der Punkt, wo wir dann sagen, hör in dein Herz. Und dann hörst du, was der richtige Weg ist. Ja. Das Herz weiß alles. Vor allem ist es ja auch so, dass viele Angst haben, ihr Leben ein bisschen zu verändern. Jetzt sehe ich dich hier, Yasin, und ich bin froh, dich jetzt kennengelernt zu haben. Freue mich auch. Ich bin auch sehr froh gewesen, als ich ihn damals das erste Mal getroffen habe. Jetzt sitzt du da oder du bist jetzt gerade in einer Wohnung mit drei anderen Männern. Ja. Vor einem Jahr hättest du bestimmt nie gedacht, dass du jetzt irgendwo in Wien mit Viert rumhängst und glücklich bist. Ja. Einfach nur zufrieden und glücklich bist. Ist es nicht so, dass wenn man, also einfach auch für die anderen, die uns jetzt zuschauen und sagen, hey, ich würde auch gern mal was machen, was kann ich denn tun? Ich glaube, dass wenn man einmal anfängt, da rauszugehen, dass man so viele nette, wahnsinnig tolle Leute kennenlernt und sagt, wow, was habe ich eigentlich verpasst so lange? Oder wie geht es dir jetzt damit? Du liegst genau richtig. Das Leben der meisten Menschen hat sich durch Corona, wenn man sie fragt, verschlechtert. Mein Leben hat sich verbessert. Ich habe bessere Menschen kennengelernt, die so funktionieren wie ich, die zuerst auf ihr Herz hören, die ganz einfach viel angenehmer sind, die bessere Gedanken im Kopf haben, die einen positiv beeinflussen. Dadurch ändert sich so viel. Allein dadurch, dass du deine Umgebung änderst. Und wenn du ins Tun kommst, wenn du den ersten Schritt gemacht hast und wenn es nur Flyer verteilen war und diesen Spirit der Menschen und viele denken schon so. Und wenn man dann sieht, bam, wir sind schon so viele, die es verstanden haben. Und jetzt ist die Zeit, wo wir rausgehen können und darüber sprechen. Denn das war lange Zeit ein Tabu. Man konnte nicht, Weltverbesserer wurde man genannt oder sonst irgendwas. Nein, es ist ganz einfach, das Wesen des Menschen zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten, mit der Natur in Einklang zu arbeiten. Ja, und gleichzeitig hat es etwas Positives, man hat viel mehr Energie, weil es wird einem gar nicht die Energie geklaut. Und dadurch, dass man sich umgibt mit Menschen, die einem wohlgesonnen sind, kooperativ wollen, auch wenn es manchmal nicht klappt, aber die Menschen mit das wollen, hat man viel mehr Energie zur Verfügung, weil man diese Konkurrenz, diese Kämpfe nicht dauernd machen muss. Ein wichtiger Punkt bei uns ist auch, wir sind komplett friedvoll, aber wir sind in der Sache unnachgiebig. Das heißt, wir gehen keinen Schritt mehr zurück. Wir tragen keine Masken. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Maske getragen. Noch nie. Und ich werde auch niemals eine tragen. Und das sage ich jedem ins Gesicht, jedem Polizisten, jeder, der mich angreifen möchte. Dem sage ich, ich habe noch nie eine getragen und ich werde auch niemals eine tragen. Und allein dieses Respekt vor sich selbst, für sich selbst einzustehen, das macht extrem Eindruck bei den Menschen, denen man es sagt. Ja, wenn man im Frieden bleibt, weißt du, dann ist das... So ist es. Ich habe auch noch nie eine Maske getragen, weil ich es mit meiner Würde nicht vereinbaren kann. Also ich weiß selber, wann... Ich habe zum Beispiel meine Maske freiwillig aufgezogen, als ich Stroh, eineinhalb Tonnen Stroh... Dann habe ich freiwillig mir eine genommen. Aber ich entscheide doch. Ich entscheide, was gut und schlecht ist. Richtig. Was ich noch anbringen wollte, ist, dass wir absolut unpolitisch sind. Also wir haben diese Message, tragen wir sehr stark nach außen. Uns interessiert keine Politik. Denn Politik ist nur ein Geschwür dessen und ist auch nur ein Symptom, wie unsere Politik funktioniert. Daran sind wir alle selbst schuld, weil wir es so weit kommen haben lassen. Wir wählen doch diese Menschen. Wir sind alle in Selbstverantwortung. Dafür muss man unserem Bundeskanzler eigentlich dankbar sein. Er hat das Wort Eigenverantwortung wieder ins Spiel gebracht. Und genau über dieses Wort... Wir sind auch alles freie Bürger. Wir sind keine Organisation, sondern jeder ist in Selbstverantwortung und Eigenverantwortung dort. Und sollte er ein Problem mit der Polizei haben, sagt jeder, reden Sie mit mir. Das habe ich jetzt selbst in Eigenverantwortung gemacht. Und so müssten Sie uns alle festnehmen, wenn etwas wäre. Weil jeder ist in der Eigenverantwortung. Und das können Sie nicht. Also Jasin, ich bedanke mich. Ich denke auch, dass wir bestimmt noch mal... Wir bleiben in Kontakt und vielleicht können wir ja nochmal sprechen in ein paar Wochen. Ich sehe da hinten, glaube ich, da liegt der Grisi noch. Grisi, bist du noch da? Das sind alles Gute und bis die Tage. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ja, danke. Gut. Ich habe gesehen, euch geht's allen sehr gut. Ich finde es ja fantastisch. Guck mal. Jetzt haben wir hier so ein Bild. Jetzt sehe ich noch einen jungen Mann hier. Das ist der Jona. Hallo. Jona, also ihr seid jetzt schon fünf, ja? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das toll, dass ihr euch alle... Und ihr seht auch alle so unterschiedlich aus und so bunt. Da sage ich auch, hey, genau das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Auch vor allem unter Männern, ja, dass man da eine richtige Harmonie miteinander... Also, ich fühle das. Ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht. Ja. Du riechst dich. Bei uns riechst du nicht. Aber ich bin jetzt irgendwo zwischen euch und es wird Mäuschen stehen. Ja, bei uns auf jeden Fall. Es kommen sehr viele verschiedene Energien zusammen und es hat jeder eine andere Meinung und Sichtweise zu allem. Und jeder bringt das perfekt in die Gruppen rein und es ist einfach unglaublich, was bei uns gerade entsteht. Und es kommen sehr viele Leute zu uns und wir erklären denen, wie bestimmte Sachen funktionieren, wie wir arbeiten und schauen, dass wir unser Wissen, das wir haben, dass wir das so gut wie möglich weitergeben. Und ja, das Tief ist eben sehr effektiv ein Learning Lessons geben. Weißt du, es ist auch wirklich so, dass das, was du gerade gesagt hast, also diese Verschiedenheit, wenn man es mal zulässt, dass wir uns einfach mal so nehmen, wie wir sind, ja. Und nicht da und sagen, ja, aber warum denkst du denn auf einmal so, sondern dass man einfach das mal aufnimmt und sagt, okay, hier habe ich jetzt fünf oder sechs verschiedene Sichtweise und jede Sichtweise hat auch irgendwo eine Berechtigung, ja. Dass man das, glaube ich, ich glaube, das wird im Moment auch sozusagen in der Gesellschaft geübt, weil wir, wie Steve vorhin erwähnt hat, ja auch wirklich stark indoktriniert wurden, in Schubladen gesteckt wurden, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wie darf man sich verhalten, wie darf man sich nicht verhalten. Und ich glaube, das ist jetzt eine Zeit, wo ich wiederum gesagt habe, wo man halt in sich gehen sollte, dass man erkennt, hey, irgendwo hat man sein Recht auf seine Sichtweise und ich kann mich ruhig mal zurücknehmen, weil oft denkt man gar nicht darüber nach, dass man einem anderen einfach eine Verletzung zuführen kann, nur weil man auf seiner Meinung beharrt. Ja, das Schöne bei uns ist, wir sind sehr verschiedene Menschen, haben alle ganz andere Energien, aber wir wollen alle genau das Gleiche. Wir wollen alle unsere Ruhe haben und dass es jedem einfach nur gut geht. Und wir haben das gemeinsame Ziel und wir wissen, wie die neue Erde ausschaut. Wir haben uns das oft genug vorgestellt, wir reden auch viel darüber. Es ist sehr wichtig, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft und sich mit dem verbindet, weil wenn wir das gemeinsame Bild im Kopf haben, dann manifestiert sich das einfach früher oder später. Und wenn wir im Herz bleiben und einfach uns das gemütlich machen, dann bringt es uns automatisch dorthin, wo es am besten für uns ist. Und auch wenn es einmal eine negative Situation ist, es ist dann einfach ein Learning Lesson. Es ist einfach genau das, was man gerade braucht. Und es kommen gerade die richtigen Leute zusammen und wir verbinden sie und wir sehen, es wird gerade alles wunderbar in Wien und ja, die Magie ist überall. Wie war das für dich? Hast du viele neue Menschen kennengelernt auf der Demonstration? Wie war dieses Gefühl unter den Menschen? Weil von Bildern kann man immer so schlecht sagen, was war da wirklich zwischen den Menschen los? Es ist auf jeden Fall so, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, mit verschiedenen, da oft einfach nur mal kurz angeschaut, Augenkontakt und man sieht einfach, die Leute sind alle gut drauf und freuen sich, dass wir zusammenkommen und gemeinsam kommunizieren und über das reden, was passiert ist. Und wir arbeiten das gemeinsam auf, zusammen und wenn irgendwer was von wem braucht, dann reden wir drüber und es fühlt sich jeder nachher immer besser und ja. Kannst du den Zuschauern vielleicht auch noch einen Tipp geben, wenn sie zum Beispiel so ein bisschen Panik bekommen oder so, wenn sie nicht mehr glauben, dass die Kraftfolge... Was kann man tun als Mensch? Du bist ja auch so rituell. Was kann der Mensch tun, damit er nicht in diese Panik entdeckt im Moment? Das ist eine gute Frage. Am besten glaube ich einfach mal die Panik anschauen und schauen, von wo kommt das? Was ist die Ursache von dem Ganzen? Wirklich beim Grundproblem anpacken und schauen, ob das jetzt überhaupt, ob das eigene Energien sind oder ob das vielleicht sogar Einflüsse von außen sind und dass man einfach schaut, wieso passiert das? Ich habe letztens einen Freund erklärt, zum Beispiel, wenn sie, es ist gerade so, wenn sie sehr starke Energien aufbauen, kommen automatisch dunkle Energien von außen, damit sie das nach unten drücken. Aber wenn man draufkommt, was das ist und wieso das passiert und erkennt, ah, jetzt passiert das, weil wir gerade was Großes aufbauen, dann verschwindet das von selbst. Self-Slam-Mechanism. Ja, also sich selber besser betrachten ist schon gar nicht so schlecht. Ja, Grisi, hast du noch was, was du mir gerne sagen würdest? Ich würde dir noch sehr gerne was sagen, nachdem du eine sehr super Sängerin bist und ich ein paar Lieder von dir gesehen habe. Also ich mache das immer so, ich singe auch recht gern und ich mache das immer bei Kraftorten und in der Stadt, bei Gebäuden und ich spreche immer zu den Statuen, zu den Naturgeistern, zu allem Möglichen und singe die halt hervor mehr oder weniger. Und meine Gedanken sehe ich dann halt die Figuren, wie es durch die Stadt laufen, mit einem Schwert und einfach die dunkle Energie, die muss weichen. Und wenn man mit den Geistern spricht, wie wenn es Priada und Schwestern waren, dann hat man eine sehr gute Verbindung damit und die verbreiten halt das Licht dann in der Stadt. Ja, ich meine, das Singen ist ja das, was ich auch den Menschen immer sage. Also das Singen hat was ganz Spirituelles und was ganz Menschliches und was ganz Tiefes. Das kann dir auch keiner wegnehmen. Also die Stimme, was du im Instrument hast, kann man dir das wegnehmen. Aber wenn du deine Stimme hast, solange du deine Stimme hast, kannst du das überall einsetzen. Und das ist sehr kraftvoll. Die Frequenzen unserer menschlichen Stimme sind so kraftvoll. Menschen unterschätzen das und das ist aber auch der Grund, warum jetzt in dieser Agenda auch das Singen innerhalb von geschlossenen Räumlichkeiten verboten wird. Lasst euch nichts verbieten da draußen, nochmal alle, die hier zuschauen. Also lasst euch niemals eure Stimme verbieten, wenn ihr sie habt. Ich meine, Menschen können auch geboren werden ohne Stimme, aber die haben dafür ganz andere Talente, die wir nicht so gut ausüben können. Aber solange ihr eine Stimme habt, lasst sie euch niemals von irgendwem verbieten. Es ist gerade unser Klang der Stimme, das ist das Werkzeug, was die Materie eigentlich formt, was die Information gibt, dass die Sachen neu entstehen. Und wenn wir ein positives Bild im Kopf haben und darüber sprechen, dann ist das das Stärkste. Das ist unser Schwert. Unser Friedensschwert. Also Griesi, ich bedanke mich bei dir, jetzt sei der Jona noch da. Jona, möchtest du auch mal kurz, weil wir kennen uns auch noch. Ja, unbedingt. Ja. Jona, erzähl mal, wie kommst du hier in diese Gruppe der herzlichsten Männer? Ja, also ich habe letztes Jahr eine Reise gehabt auf den Kanarischen Inseln und da bin ich echt mit der ganzen Energie in Berührung gekommen, die jetzt passiert, würde ich sagen. Also ich habe da wirklich die volle, auch was auf uns zukommt, in die Richtung. Die ganzen schönen Momente. Ich habe diese Augenblicke und Momente, ich habe das schon ein bisschen mitnehmen können. Nur mal jetzt am Heimweg nach Österreich im Juli, August. Nur mal konfrontiert waren damit, was wie unsere Welt gerade nur mal ausschaut. Ich habe es nur mal gesehen, danach. Und jetzt steige ich da richtig in den Weg mit ein. Auf der Demo habe ich Chris kennengelernt und ein bisschen hingetastet. Und ja, schlussendlich bin ich jetzt da, stehe jetzt da. Also ihr habt euch erst ganz frisch kennengelernt? Im November. Im November. Im November, ja. Okay. Du bist ja auch noch relativ jung, ne, Arjona, oder? Wie alt bist du? 21. 22. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, deine Generation, 18 bis 23, sagen wir mal so. Die hat es auch nicht einfach, meines Erachtens. Also ich bin ja älter, ich bin 48, bin 72 geboren. Ich habe natürlich noch Zeiten mitgekriegt, die wirklich in diesem System relativ frei waren. Also ich habe als Sängerin immer noch meine, ich konnte immer so kleine Schlupflöcher finden im System. Weißt du, was ich meine als Künstler? Aber dieses System versucht ja jetzt gerade alle und alle Wege abzusperren, dass du noch irgendwie dich frei wie ein Fisch bewegen kannst. Und mir tut es manchmal, denke ich so, oh wow, ich habe es ja echt leicht gehabt, als ich 21 war. 18 kam die Mauer runter, also ich war 18. Und ich bin ja die Techno-Generation, wir haben nur getanzt, also Tag und Nacht, fünf Tage ein Stück sozusagen, ja, immer nur getanzt. Und auch mit allen zusammen. Also das war auch, wir hatten ja damals das Gefühl, jetzt kommt die Freiheit nach dem Kaltenkrieg. Wir dachten, jetzt beginnt wirklich die Menschlichkeit, die Freiheit. Uns ist aber nicht aufgefallen, dass in der Zeit, als wir tanzen waren, dass das ganze System sich neu aufgestellt hatte. Und zwar zur vermehrten Kontrolle. Dann, also die Generation nach uns, also ihr, die jetzt so jung sind, haben im Grunde nur diese Internetkontrolle, ja, auch diesen Druck mitgekriegt. Und auch die Kriegspropaganda, die ständige, die hatte ich nicht als junges Mädchen. Und deswegen sage ich, ich glaube, ihr tut ganz gut daran, wenn ihr euch generationsübergreifend verbindet. Wenn du verstehst, was ich meine. Generationsübergreifend. Naja, ich finde es wichtig, dass wir die sowieso alle verbinden. Weil dann kann nämlich, kann das nicht mehr passieren. Das ist sowieso klar. Aber was ich erklären will ist, weißt du, in diesem System wurden alle Generationen auseinander getrieben. Alte in Altersheime. Die Jungen gehen in die Schule, Arbeiter zu Arbeitern, Arbeitslose zu Arbeitslosen. Also das heißt, alle Generationen wurden getrennt. Als ich ja noch jung war, haben wir mit zwei, drei Generationen zusammengelebt. Deswegen erwähne ich das, was total wichtig ist. Natürlich müssen wir uns mit allen, oder wir sind eh verbunden mit allen. Aber was ich für wichtig halte, ist schon, dass wir mit eurer Generation und auch sogar noch den Jüngeren einen ganz großen Austausch haben, damit wir voneinander lernen und die Bedürfnisse und die Erfahrungen austauschen können. Weißt du, was ich meine damit? Ja, ich weiß, was du meinst. Absolut. Weil das ist einfach unterbrochen worden. Bei eurer Generationen ist das einfach unterbrochen worden. Und sie haben zwar immer nur von Inklusion gesprochen, aber haben genau das Gegenteil ja immer gemacht. Das machen die ja immer. Die verdrehen alle Worte und haben alle auseinander gedriftet. Ja, als ich so jung war, waren noch nicht so viele Menschen im Altersheim. Da hat man die Alten noch bei sich behalten. Und die Kinder haben mit aufgepasst und so weiter. Und dann lernt man Zusammenhalten. Und das ist das, was wir alle zusammen lernen sollten. Dieses Zusammenhalten. Und nochmal, ich habe echt von aller Welt auch immer wieder Feedbacks gehört von eurer Generation zu mir. Und oft vieles, was ich nur gehört habe, ist, dass ich viel weiter bin und das in einem anderen Alter schon alles realisieren kann. Ich wollte damit sagen, damit, dass wir uns alle verbinden. Eben wie du sagst, es ist etwas Außergewöhnliches. Es war vorher vielleicht noch nicht da. Weil ich habe das immer gespürt, diese Trennung. Es wird viel geredet, aber es passiert nichts. Es passiert überhaupt gar nichts. Und das will ich ändern. Also in dem Sinn, dass wir, wie du sagst, uns einfach allen zuhören. Es ist simpel. Es ist wirklich einfach. Und nicht viel Kopf herumgetun. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Denn wir, auf das, von Kind bis zum Alten, sich alles, es keine Unterschiede macht. Es keine Unterschiede macht. Denn Alter, diese Begrenzungen, die werden sich auflösen. Ja. 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 Ich als Künstlerin, die waren noch nie da. Also mich interessiert das überhaupt nicht, die Zeit. Alles ist immer jetzt und das, was jetzt ist, ist okay. Also damit muss man halt, also damit komme ich klar. Ich finde es aber toll. Das wollte ich damit sagen. Also ich finde es toll, wenn wir uns alle zusammen auch öffnen für die Dinge. Ich habe ja auch dieses Jahr so viele verschiedene Menschen kennengelernt, die durch unseren Aktivismus ja zustande kommen. Auch mit einer Jugendredaktion von zum Beispiel Rubicon stehe ich sehr in gutem Kontakt. Das sind auch so junge Leute wie du, die schreiben auch schon seit einigen Jahren. Und ich finde, jedes Mal, wenn wir aufeinandertreffen, ist das, ich bin dann nur am wachsen. Ja. Und die auch. Weil man halt voneinander so viel lernt. Und das sollten wir halt immer weiter ausdehnen und diese Abgrenzung langsam echt abbauen. Weil die gehen mir schon so lange auf die Nerven, diese Abgrenzung. Guck mal. Ich sag immer, wenn du in deinem... Jetzt diese Corona-Geschichte, lass die mal beiseite. Aber nimm mal einen normalen Dienstagvormittag, 11 Uhr. Du gehst in Berlin auf die Straße, du siehst keinen einzigen Mensch unter 18 auf der Straße. Das ist immer so. Die sind alle in der Schule, in der Uni. Es ist keiner, mit dem du Kontakt aufnehmen kannst. Das ist so. Und genau das müssen wir ein bisschen mehr darüber nachdenken. Hey, was machen wir eigentlich? Warum trennen wir? Und die alten siehst du fast gar nicht mehr. Die sind komplett verschwunden. Ja. Na ja, gut. Also, Jona, vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal. Ich danke dir auf jeden Fall mal für das kurze Gespräch. Hey, voll auf Bälle. Super. Ja. Also. Hammers, ha? Ja, du. Wow, bei dir ist ja echt die Bude voll. Ich finde das ganz schön eigentlich so, mit jedem mal ein bisschen zu sprechen. Okay. Am liebsten würde ich gar nicht aufhören. Ich hab ja gesagt, am liebsten würde ich mich jetzt zu euch rüber beamen. Ja. Das macht's bald. Wir sehen uns sowieso, da bin ich ziemlich sicher. Und, ähm, Steve, hast du noch irgendwas den Zuschauern zu sagen? Hm, nicht unbedingt, aber es ist genau diese Unterschiedlichkeit, die uns vollkommen macht. Und wirklich neu anfangen zu denken und zu fühlen und die Schönheit in der Menschheit zu schicken. Ich möchte Menschen kennenlernen, die anders sind wie ich. Das ist das Beste, was es gibt. Dann bedanke ich mich, Steve, bei euch allen, hier bei all den Männern, fünf Männern. Ja. Wir laden das ja dann, also ich lade das auf Libri hoch, weil auf YouTube habe ich zwei Strikes. Ich werde das auf Telegram hochladen. Ihr könnt es auch benutzen, kannst du auch all deinen Freunden geben. Die können das ja jetzt rausschneiden. Es darf sich übrigens jeder nehmen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass das Wissen und auch, ja, auch die solche Kultur- und Wissensaustausch, dass der weitergegeben wird. Einfach zum Nachdenken. Und das darf sich jeder frei nehmen. Denn wir sind freie Menschen. Und wir müssen auch nichts dafür bezahlen. Also, ich küss euch nach Wien. Alles, alles Gute und bis die Tage. Ja, tschau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. OOOO